Nein, ich hätte keine M4. Das scheint mir nämlich eine recht solide Waffe zu sein. Und solide Waffen mag ich. Stimmt's. So, wohin muss ich jetzt? Ich muss hier hoch wahrscheinlich. Komm schon. Schaff das alles an Bord. Hey. Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate. Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hier. Was? Vergesst den Krandanlock nicht. Achtung, Achtung und jetzt. Er lebt. Behalt euch. Hm. Ich weiß nicht, Nate. Ich mein, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich seh's. Wir müssen hier wegfallen. Das ist wirklich komisch. Oh nein. Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind sie hin? Äh, nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay. Es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet, oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze haue ich ihm so oder so. Das ist eine gute Idee. Er ist da drüben. Vorsicht. Ich hätte ihn fast gehabt. Da ist er. Puh. Du bist tot. Hint da her. Oh Gott. Das ist denn Elena. Schnappt ihn euch. Was ist denn mit dem los, Alter? Okay, das sieht nach einer ganz wackeligen Angelegenheit aus. Wenn ihr mich fragt. Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Das reicht nicht. Die andere Hand. Du musst sie loslassen. Verdammt. Okay. Oh, Mist. Komm schon, okay. Komm schon. Gehen wir. Komm. Na, es tut mir leid, Elena. Du hast dich so darum bemüht und jetzt kannst du doch keine machen. Oh, jetzt geht's jetzt ab in den Dschungel oder was? Das sieht eher aus wie Katakomben. Oh, jetzt geht's jetzt ab in den Dschungel. Ein goldener Khoatimungi. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hey! Da ist er! So! Meine Güte. Kapitel 12. Fluss abwärts. Der Fluss müsste direkt zum Kloster führen. Wow. Wenn natürlich nichts dazwischen kommt, sollte der direkt zum Kloster führen. Wow. Kann man hier extrem scheiße steuern. 윽. Ah! Nice. Ah! Wow Ganz ruhig Ganz ruhig Wow Diese brennenden Pässe sind echt mies Ich Ich fahre rückwärter Alter Ich fahre flussaufwärts als flussabwärts Aber gut Ich fahre rückwärts als flussabwärts als flussabwärts als flussabwärts. Okay, wir sind glaube ich daran vorbei, dass wir noch fester kommen. Oh, schafft wir das überhaupt? Ich gebe einfach nur Gas. Das Einzige, was ich mache, ist Gas geben und ein bisschen lenken. So ein bisschen in die Richtung. Ja, wieder fester. Boah, diese Strömung, Alter, die ist so tödlich. Die ist tödlich. Oh, f... Oh, schon. Oh. Der Team Granatwerfer ist auch tot. Boah, ich lehne mich eben die ganze Zeit zur Seite, deswegen rede ich gar nicht. Und diese Steuerung ist einfach so behindert. Ich meine, wir wollen zum Kloster, aber ich glaube, wir haben es geschafft, gegen die Strömung zu fahren. Oder auch nicht. Immer wenn ich irgendwas sage, dann werde ich wieder... Wir haben es geschafft. Oder auch nicht. Was ist los, Elena? Komm, weiter geht's, Elena. Boah, krass, Nate, ey. Rennen Sie nicht so. Eddies Jungs könnten überall sein. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott! Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also... Die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand. Halt! Glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Kein schöner Anblick.